Er wird von Hass getrieben. Der hält ihm am Leben. Deshalb verdient er nie. Wo du deine Freiheit hast, was hast du damit vor? Ich könnte einen guten Kämpfer wie dich brauchen. Wir sind Gottes eigene Soldaten. Auf dem Weg nach Jerusalem. Wir erobern das Heilige Land zurück. Der Junge sagte, er kam aus der Hölle. Vielleicht treiben wir dorthin.